Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und eure Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, woher Palpatine so schnell Vadars Rüstung hatte, warum es in Episode 3 eine Landebahn gab, wo die Invisible Hand landen konnte und warum Obi-Wan und Yoda sich am Ende von Episode 3 eigentlich getrennt haben, um Sidious und Vader eigenhändig zu besiegen. Aber lasst uns erstmal die News der letzten Woche anschauen und um ehrlich zu sein nicht nur für die letzte Woche, sondern für die letzten zwei, denn letzten Montag war ich krank und da gab es kein Video hier. Da haben wir zum einen die News, dass ein offizielles DLC für Minecraft erschienen ist, das Path of the Jedi DLC. Habe ich auf meinem Gaming-Kanal auch schon ein bisschen gelatsplayed, allerdings kam dann die Krankheit dazwischen, deswegen habe ich es nicht fertig gemacht und der Bedarf daran war jetzt auch nicht so hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es weitermachen werde oder nicht, aber das DLC an sich ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Spielt in den Klonkriegen mit verschiedenen Missionen auf Tatooine für Lucia auf einem ganz neuen Planeten, mit verschiedenen Sith und General Grievous und Kampfdroiden und natürlich dem Jedi-Tempel auf Coruscant macht ziemlich, ziemlich viel Spaß. Dann haben wir den Marvel-Chef Kevin Feige, bei dem mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren erwähnt worden ist, dass der einen eigenen Star Wars Film bekommen würde. Also er als Produzent, nicht unbedingt als Regisseur oder Drehbuchautor und seitdem wurde er zwischendurch immer mal wieder gefragt. Jetzt wurde er letzte Woche wieder gefragt, wie es denn mit dem Star Wars Film aussieht und da hat er gesagt, nö, ich mache den Star Wars Film nicht. Allerdings war das so ein 6-7 Minuten in dem Interview. Der wurde auch über so ein paar Marvel-Sachen gefragt und hat da teilweise halt mit so einem Zwinkern geantwortet mit, wie, habe ich noch nie von gehört oder nö, habe ich keine Ahnung von. Was mehr so aussieht wie, uh, ich darf nicht sagen, könnte aber in die richtige Richtung gehen. Jetzt gab es schon viele Schlagzeilen, die gesagt haben, okay, der Kevin Feige-Film ist tot. Bei der Geschichte der Star Wars Film-Ankündigung der letzten Jahre würde es mich nicht wundern, wenn dieser Star Wars Film niemals rauskommen würde von Kevin Feige, aber alleine von diesem Interview davon auszugehen, dass das jetzt wirklich die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Dann haben wir, oh Wunder, oh Wunder, News zu Star Wars Hunters bekommen, dem Mobile- und Nintendo-Switch-Spiel, was vor zwei Jahren rauskommen sollte und was vor zwei Jahren auch schon in Indien, ich glaube Thailand und zwei weiteren Ländern rausgekommen ist. Das heißt, Millionen an Menschen, um ehrlich zu sein, 100 Millionen an Menschen, können dieses Spiel mittlerweile schon spielen. Es gibt da Updates von, es gab neue Maps, es gibt mittlerweile zwei neue Charaktere, die man spielen kann. Auf den Social-Media-Accounts von Star Wars Hunters wird das immer beworben, ey, hier, der coole neue Tranaschanische Charakter, das und das könnt ihr damit machen und der Großteil der Weltbevölkerung kann dieses Spiel nicht spielen und jetzt wurde es auf 2024 verschoben. Oh Wunder, oh Wunder. Meine Idee dazu wäre ja, dass Star Wars Hunters halt in irgendeiner Art und Weise diese Exklusivität von EA abwartet, damit das noch auf PC, Xbox und Playstation rauskommen kann, aber dann sollten sie das vielleicht auch mal ankündigen und sagen, ey Leute, wir warten den weltweiten Release ab, um das halt auch auf den anderen Plattformen rauszubringen. Machen sie nicht, sie sagen, ach, wir wollen noch einen gerankten Modus reinkriegen und irgendwas anderes noch cooler machen, deswegen dürft ihr das halt alle noch nicht spielen. Ist sehr, sehr komisch. Der Roman dazu ist auch schon im Sommer erschienen, der so ein Young-Adal-Roman war, war für so einen Roman ziemlich cool, aber ich habe so das Gefühl, der Hype für dieses Spiel, wenn er denn überhaupt da war für so ein Mobile-Game, verschwindet immer mehr und mehr und wenn es dann im Endeffekt richtig rauskommt, wird das Spiel wahrscheinlich nach drei Monaten eingestampft oder so, weil es keinen mehr interessiert. Schade, ich hätte es zwischendurch gerne gespielt, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Dann die große News und jetzt ist es offiziell. Der Schauspielerstreik in den USA ist letzte Woche zu Ende gegangen. Ich hatte, glaube ich, die drei Wochen davor einmal mal wieder gesagt, es gibt Leaks und Gerüchte, dass der Streik jetzt zu Ende gehen könnte und dann war es an der Gewinnbeteiligung gescheitert, dann wegen KI gescheitert und jetzt ist der Streik zu Ende gegangen. Es gibt viele Besserungen für Schauspieler und auch für so Hintergrund-Extras und es gibt auch eine Einigung, was KI angeht, dass die nicht einfach einem Schauspieler 500 Dollar zahlen können und dann dessen Bild mit KI für die nächsten 300 Jahre immer und immer und immer wieder verwenden können. Und deswegen bedeutet das auch, dass Star Wars Produktionen jetzt langsam wieder anrollen können und theoretisch auch bald irgendwann zum Beispiel Skeleton Crew rauskommen könnte, weil die Schauspieler jetzt halt wieder auch Werbung machen dürfen. Das war ja nicht nur das Problem, dass die Schauspieler nicht nur nicht drehen durften. Sie durften auch nicht auf Events gehen, keine Interviews für irgendwelche Portale oder Zeitschriften oder so geben. Das ist jetzt alles wieder möglich und wir haben auch schon direkt vom Stuntman und um ehrlich zu sein auch Schauspieler von Mando Brandon Wayne auf Instagram die Nachricht bekommen, dass die Produktion von Mando Staffel 4 langsam wieder anläuft. Also die Dreharbeiten sind noch nicht gestartet, aber es wird auf Hochtouren dahin gearbeitet, dass die Dreharbeiten jetzt bald starten können. Und ja, Pedro Pascal ist ja eigentlich der Schauspieler für Mando, allerdings scheint er in Staffel 3 nicht ein einziges Mal im Set gewesen zu sein und hat nur seine Stimme für Mando geliefert und Brandon Wayne steckte halt die allermeiste Zeit im Anzug. Also ist der theoretisch eigentlich der Schauspieler für Mando. Und wenn er das schon selber sagt, bedeutet das, dass die Dreharbeiten zu Mando Staffel 4 vielleicht noch dieses Jahr starten könnten. Und die letzten zwei Wochen waren sehr ergiebig, was Star Wars News angeht. Da haben wir nämlich auch noch was von Taika Waititi. Da wurde ja, ich glaube, Ende 2020 angekündigt, dass Taika Waititi seinen eigenen Film bekommt. Der hat ja unter anderem auch die, ich glaube, letzten beiden Thor-Filme gemacht. Und der soll jetzt der Drehbuchschreiber und Regisseur eines neuen Star Wars-Films sein. Da hieß es schon letztes Jahr um die Zeit ungefähr so kurz vor Weihnachten, dass er noch nicht mit dem Skript fertig ist, weil er Schiss hat, dass wenn er ein Skript einreicht bei Lucasfilm, dass die dann seinen Film canceln. Jetzt in dem neuen Interview hat er gesagt, dass er immer noch nicht fertig ist. Er will diesen Star Wars-Film perfekt hinkriegen. Und er hat momentan noch vier, in Zahlen, vier weitere Drehbücher, die er fertig bekommen möchte, bevor er dann mit dem Star Wars-Film anfängt. Jetzt kann man das natürlich unterschiedlich lesen. Vier weitere Drehbücher, die er fertig bekommen möchte, könnte heißen, er schreibt die vier Drehbücher, gibt die dann an irgendwelche anderen Autoren und Regisseure und so und die machen dann Filme daraus. So können Drehbuchautoren arbeiten. Taika Waititi war in der Vergangenheit allerdings jemand so, der seine Drehbücher geschrieben hat und dann die Filme auch selber als Regisseur umgesetzt hat. Wenn er also nur diese vier Drehbücher schreibt, kann es sein, dass er, wenn das denn die Wahrheit ist, ungefähr in einem Jahr dann mit diesem Star Wars-Film anfängt. Wenn er allerdings bei diesen vier Drehbüchern auch die Filme umsetzen und Regie führen will oder so, könnte das bedeuten, dass dieser Star Wars-Film, der vor knapp drei Jahren angekündigt worden ist, vielleicht 2030, 2032 dann kommt. Dafür, dass wir dachten, das sollte der nächste Star Wars-Film nach Episode 9 sein, ist das eine lange, lange Zeit. Und damit sind die News immer noch nicht zu Ende, denn wir haben noch zwei weitere Videospiel-News. Zum einen haben wir ja schon jetzt auch vor anderthalb Jahren angekündigt bekommen, dass drei neue Spiele unter EA kommen sollen. Eins davon war Jedi Survivor, das ist schon draußen, dann ein Shooter von Respawn, also auch den Machern von Jedi Fallen Order und Jedi Survivor und den Titanfall-Spielen, aber auch ein Strategiespiel von Bitraktor, was ein Spielstudio ist, was zu einem großen Teil aus Ex-Entwicklern besteht, die die XCOM-Spiele gemacht haben. Und die sollen ein neues Star Wars-Strategiespiel machen. Jetzt ist es natürlich bei den Spielen wie auch mit den Filmen so, dass in letzter Zeit sehr viele Spiele, die angekündigt worden sind, mehr oder minder auf preisgelegt worden sind. Hier ist aber ein relativ gutes Interview, dass die gesagt haben, dass die gut weiter voranschreiten bei der Arbeit und dass der Studioleiter da versuchen möchte, mit diesem Star Wars-Strategiespiel das Gleiche zu machen, was Baldur's Gate 3 für Rollenspiele gemacht hat. Ich habe Baldur's Gate 3 nicht gespielt, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Was genau das bedeuten soll, könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren spekulieren. Ich würde aber vermuten, dass Rollenspiele halt ähnlich, vielleicht nicht so sehr, aber ähnlich wie Strategiespiele in den letzten Jahren immer mehr und mehr in den Hintergrund gerückt sind und Baldur's Gate 3 jetzt Rollenspiele wieder attraktiv gemacht hat für Fans, aber vielleicht auch für Spielstudios. Und ich denke, in die Richtung ist das gemünzt, dass sie versuchen, mit diesem Star Wars-Strategiespiel halt nicht nur ein gutes Star Wars-Strategiespiel zu liefern, sondern ein modernisiertes, für die 20er Jahre aufbreitetes Strategiespiel zu machen, was vielleicht eine neue Welle an Strategiespielen generell in der Spielwelt wieder raushaut. Und dann, wer hätte es gedacht, noch so eine Neverending Story, quasi wie Star Wars Hunters, das Knights of the Old Republic Remake. Da gab es jetzt letztens eine größere Veranstaltung von Embracer, der größeren Firma, die die Rechte für dieses Remake hat. Und der Boss von denen ist natürlich darauf angesprochen worden und sagt dazu, dass er nichts dazu sagt, weil egal was er sagt, alles was er sagt, wird in Schlagzeilen verwandelt. Das ist das Einzige. Auf der Seite der Embracer Group wird Knights of the Old Republic immer noch gelistet, dass das kommen wird. Allerdings sagt der Videospiel-Journalist Jeff Grubb, dass momentan zu diesem Zeitpunkt kein einziges Spielstudio auf der Welt an diesem Remake arbeitet. Jetzt gibt es viele Schlagzeilen, die sagen, dass Jeff Grubb gesagt hat, dieses Spiel ist tot und wird nie wieder produziert. Das stimmt nicht. Was er in seinem Stream gesagt hat, ist halt, dass daran momentan nicht gearbeitet wird. Liegt also vermutlich auf Eis oder es sollen andere Spielstudio übernehmen, was momentan noch an irgendetwas anderem arbeitet und die warten jetzt darauf, dass das fertig wird und dass die dann am KOTA-Remake arbeiten können. Mehr wissen wir dazu nicht. Ich vermute mal, dass das Ganze jetzt noch fünf Jahre in Händen von Embracer ist, dann das wieder zurück an Lucasfilm zurückgeht und Lucasfilm dann merken wird, oh mein Gott, Knights of the Old Republic ist mega beliebt. Noch sind die Fans da, die sind noch nicht in Rente und auch noch nicht verstorben. Wir haben noch nicht 80 Jahre vergehen lassen. Vielleicht sollten wir da doch mal dran arbeiten und es dann einem anderen gibt und dann werden wir KOTA 3 sehen oder eine Einbindung mit einer KOTA-Serie und einem Film und dem Spiel oder einfach nur ein Remake oder was auch immer. Ich glaube auf jeden Fall nicht daran, dass wir das in den nächsten fünf Jahren bis vielleicht zehn Jahren zu Gesicht bekommen werden. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Falls doch und das Spiel wird gut, würde ich das sehr, sehr gerne nehmen. Das waren jetzt aber auch wirklich die News der letzten Wochen. Wie gesagt, eine Menge ist passiert. Und lasst uns damit zu den Kreationen kommen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Da haben wir einige Wilde von Koroks, der in letzter Zeit schon einige Lab-Tierchen hochgeladen hat. Kommt jetzt ein Cosplay von Meister Kukui, was ein Lepu Jedemeister aus dem Old Republic Setting ist. Sehr, sehr interessant. Phoenix hat einige Lichtschwerter 3D selbst designt. Ziemlich cool. Und Gedi-Ritter hat eine Zeichnung von Robin hochgeladen, was ein Gesicht eines Chiss sein soll. Und von Gamast stammt eine Zeichnung vom heiligen Waru mit C3PO. Ihr scheint da irgendwie einen wilden Abend gehabt zu haben. Sehr, sehr interessant. Von Jan von Imperial Trooper Productions kommt eine Zeichnung von Axe Greylock und Galanate aus dem High Republic Phase 2 Setting. Es ist fast länger her, dass ich die Hörbücher gehört habe und ich bin noch nicht komplett durch. Ich bin mal gespannt, worauf das Bezug nimmt. Und von Erik der Wikinger stand ein kleines Lego-Mock von Snowtroopern auf einem Schneeplaneten. Sehr cool. Wenn ihr euch jetzt diese Kreation aber selber anschauen wollt oder selber Kreation hochladen wollt, kommt gerne auf unseren Star Wars Universe Discord Server. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und unter der Kategorie Kreatoren im Techkanal SWB Community Creations findet ihr das Ganze und könnt da auch eure eigenen Kreationen hochladen. Die namensgebende Frage stammt von Alles Gute und lautet, warum sind Yoda und Obi-Wan in Episode 3 nicht zusammen los, um Sidious zu bekämpfen, sondern haben sich aufgeteilt. Sie hätten danach ja noch zu Vader gehen können. PS cooles Video, mach weiter so. Danke dir. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da eine offizielle Erklärung zu gibt. Allerdings spielten da sicherlich verschiedene Überlegungen rein. Die eine Überlegung ist natürlich, jetzt gerade in diesem Moment wussten Obi-Wan und Yoda, wo Sidious und wo Vader waren. Und würden die beiden jetzt warten und dann gucken, dass sie erstmal einen bekämpfen, könnte das natürlich den anderen warnen, der sich dann verschanzen könnte, abhauen könnte, was auch immer. Und damit hätten sie nicht viel erreicht. Denn die Klone und die ganze Republik waren jetzt gegen die. Und sagen wir mal, die wären jetzt zuerst zu Anakin, also zu Vader gegangen, hätte Palpatine sich einfach hinter einer Armee aus Klonen verschanzen können und dann wäre es relativ schwierig geworden für die beiden da noch hinzukommen. Andererseits, wenn die, wie du sagst, zuerst Sidious bekämpft hätten, hätte Vader danach sich eine ganze Armada schnappen können und dann gegen die beiden losziehen können und damit wäre auch nicht so viel erreicht gewesen. Das heißt, im Prinzip nur in diesem einen Moment hatten sie die zeitliche Gelegenheit, beide noch zu erwischen, bevor es zu schwierig für die geworden wäre, bevor alles abgeriegelt wäre und sie dann wahrscheinlich einfach eine Armee aus zehntausenden Klonen vor sich gehabt hätten, um zu einem von beiden zu gelangen. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum die beiden sich aufgeteilt haben. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch, dass beide natürlich wussten, was für ein enges Verhältnis Obi-Wan und Anakin miteinander hatten und dass da vielleicht die Überlegung war, dass Obi-Wan Anakin doch noch zurück auf die helle Seite ziehen könnte, wenn er da eben alleine auftaucht. Wenn er da allerdings mit Yoda auftaucht, wäre das so nach dem Motto, okay, hier, ich bin dein Bruder, aber ich nehme jetzt hier unseren alten, zittrigen, bösen Lehrer noch mit, der dich anschreit und sofort beschimpft, bevor ich überhaupt irgendwie zu dir durchdringen kann. Und deswegen ist Obi-Wan da alleine zu Anakin hin. Oder zu Vader. Das wären so meine beiden Erklärungsansätze. Von Johann kommt die Frage, ist Minecraft Path of the Jedi Kanon? Und eine offizielle Antwort kann ich dir dazu nicht geben, aber ich vermute, es ist in der gleichen Art und Weise Kanon, wie zum Beispiel auch Legos Traus, das die Skywalker Saga Kanon ist, also nicht wirklich. Es kann sein, dass Aspekte davon in den Kanon übernommen werden, dass wir in fünf Jahren mal ein Buch kriegen, wo dieser Hauptcharakter oder dieser neue Planet erwähnt wird, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt in Zukunft irgendwelche anderen Storylines darauf unbedingt Bezug nehmen müssen und das ganz fest in den Kanon gemeißelt ist, das glaube ich eher nicht. Eine sehr, sehr gute Frage, wozu wir, soweit ich weiß, keine offizielle Antwort zu haben. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist natürlich, dass der zweite Todesstern einerseits so unglaublich gut gebaut ist und so eine starke strukturelle Integrität hatte, dass einiges davon überlebt hat. Wäre so die eine Antwortmöglichkeit. Die andere Antwortmöglichkeit, die ich da sehe, wäre zu sagen, okay, der Todesstern war halt noch nicht komplett fertiggestellt und große Teile davon, kilometerweite Abstände, waren einfach offen und da war halt noch nicht die Hülle komplett drumherum. Deswegen konnten Teile der Sprengkraft der Explosion an diesen Orten entweichen und wurden halt nicht so lange aufgestaut, bis alles einfach pulverisiert war, sondern sorgten dann dafür, dass die Explosion an den Stellen halt entweichen konnte und an den anderen Stellen wurde halt das Innere des Todessterns zwar zu Schlacke verwandelt, die äußeren Abteile konnten aber halt abbrechen, weil es halt noch nicht vollständig zu war und dann einfach davonfliegen. Das wäre so meine Idee dazu. Star Wars 501 schreibt, warum gab es in Episode 3 einfach mal so eine Landebahn auf Coruscant, welche auch groß genug war, dass die Invisible Hand dort perfekt landen konnte. Auch hier habe ich keine offizielle Antwort zu gefunden und hätte erst um ehrlich zu sein gesagt, okay, das ist gar keine offizielle Landebahn, es ist mehr so eine Art Häuserdach, was halt groß und gerade ist, aber wenn man sich das genau in Episode 3 anguckt, sieht das wirklich nach einer Landebahn aus. Es sieht aber auch so aus, als ob links und rechts größere Hangartüren waren, die so in, ich hätte jetzt fast gesagt unterirdische Garagen führen, aber einfach in Garagen, die in diesen Häusern drin sind sozusagen. Vielleicht ist das eine große, massive Garage für hunderte, tausende an Aerspeedern oder halt eben an kleineren oder auch größeren Raumschiffen und das wäre normalerweise, wenn jetzt Coruscant nicht gerade blockiert worden wäre, halt von tausenden Leuten gleichzeitig benutzt worden. Und um da dann genügend Platz zu haben, um seine Sachen zu starten und vielleicht erstmal mit Repulsor-Liften loszufliegen, gibt es so eine riesen Landebahn, die dann eben genügend Platz lassen soll, dass gleichzeitig 50 Speeder und Raumschiffe aus diesen verschiedenen Hangartüren rausfliegen können. Wäre meine Idee dazu. Und dann noch von Nairolf Football die Frage, woher hat Palpatine Darth Vaders Rüstung? Wusste der Imperator, was passieren würde und hatte solche Rüstungen sicherheitshalber? Hat er sich schnell anfertigen lassen oder hatte er diese für einen anderen Zweck parat? Ebenfalls eine sehr gute Frage, zu der wir auch wieder, soweit ich weiß, keine offizielle Antwort haben. Aber wir haben hier einige Ideen dazu, die Kanon und Legends unterschiedlich sind. Zum einen haben wir im Kanon die Information, dass der Wissenschaftler Silo, der in den neuen Star Wars Comics seit 2015 von Marvel öfter aufgetaucht ist, hier für Darth Vaders Überleben und für den Anzug verantwortlich war und dass es quasi eine Übernachtaktion war, in der dieser Silo diesen Anzug angefertigt hat. Und das hört sich für mich eher so an, wie der Anzug war vorher nicht fertig und Silo hat mal eben getüftelt und sich überlegt, was genau man machen könnte, um Vader hier am Leben zu erhalten und ihm vielleicht noch ein bisschen Rüstung zu geben. In Legends waren es diese Roboter, die wir da in Episode 3 gesehen haben, die Vader am Leben gehalten haben. Und da haben wir die Hintergrundinformation, dass es mehrere Tage gedauert hat, bis Vader stabil genug war und halt eben diese Rüstung komplett fertig anbekam. Da haben wir aber auch die Infos, dass General Grievous mehr oder minder so auch die ersten Experimente waren, um dann halt schließlich zu dieser Rüstung zu kommen. Ob das jetzt aber bedeutet, dass General Grievous' Rüstung schon mit dem Hintergedanken geplant war, dass halt aus Vader aus Anakin mal Vader werden würde, dass er halt irgendwie total schlimm verbrennt und dann seine Rüstung schon quasi vorgefertigt da lag, wissen wir nicht genau. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass Palpatine diese Unterlagen hatte und die Forschungsergebnisse, die bei Grievous rumgekommen sind und daraus dann halt so ad hoc einfach schnell die Rüstung von Vader entstanden ist. Das können wir nicht genau sagen. Allerdings ist es natürlich auch verdächtig, dass Palpatine da die Separatistenführung nach Mustafa schickt, ein Lava-Planet. Hatte Palpatine da irgendwelche Vorahnungen oder hatte er die Idee, selber dahin zu kommen und dann einen Unfall zu inszenieren und Obi-Wan ist ihm einfach zuvor gekommen und deswegen ist das so, bin ich mir nicht sicher und ich glaube aber auch, dass wir dazu keine offiziellen Informationen zu haben. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag im nächsten Community-Video beantworten soll, haut sie hier unten in die Kommentare mit ein bisschen Glück, kommt die dran. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.